Was ist der Rüdesheimer Berg Roseneck? Der Rüdesheimer Berg Roseneck, eine der besten Lagen im Rheingau. Dieser Weinberg ist inmitten der Steillagen von Rüdesheim gelegen. Eine Lage mit einem hohen Skelettanteil, das heißt die Wasserhaltekapazität ist in diesen Weinbergen in Rüdesheim nicht sehr stark. Und durch diese Klimaerwärmung, die wir heute verspüren, haben wir auch Monate und Jahre, wo es sehr, sehr trocken ist, sodass wir mittlerweile hier mit Tropfbewässerung arbeiten müssen, natürlich nur aus Qualitätsgründen. Aber nur so können wir die Qualität dieses hervorragenden Weinbergs erhalten. Wir haben hier eine Nähe zum Rhein, dadurch haben wir eine stärkere Spiegelung der Sonne, dadurch eine sehr hohe Sonneneinstrahlung und dadurch kommt es, dass wir also hier eine sehr, sehr hohe Fruchtaromatik verspüren in diesen Weinen. Vor allen Dingen ein fast, man kann es beschreiben mit einem Bonbon-Aroma, ein unheimlich fruchtiger Wein. Dieser Wein ist hier speziell ein 2008er Rüdesheimer Berg-Roseneck-Feinherb. Und ich denke, wir haben hier einen großen Wein aus dem Jahre 2008 zum Wohlen. Vielen Dank. Vielen Dank.